Hallo meine Freunde ich bin es wieder euer Blogger und heute in diesem Video gibt es wieder mal ein kleines Gitarren Intro und ja ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß dabei ich bin gerade hier am Computer ich möchte noch den Stream heute vorbereiten also Twitch stream heute Abend und ja nebenbei ein bisschen am Funkgerät ein paar Einstellungen tätigen und ja dann später noch was essen aber ja wie gesagt ich werde jetzt dann noch mal das Gitarren Video machen und ja dann würde ich sagen bis gleich 1 2 3 4 5 Spannungsfilme 10 10 10 10 10 10 Musik 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 Ja meine Freunde, ich hoffe das kurze Gitarren Intro hat euch gefallen. Wie gesagt, war nur ein kurzes, weil mich aktuell gerade ein bisschen hungert und ja, deswegen mache ich mir jetzt schnell was zum Essen und bin dann später irgendwann mal fertig. Und ja, dann gibt es wahrscheinlich auch demnächst wieder mal ein paar Gaming Videos, ich bin schon wieder fleißig am Clips produzieren hier mit der neuen Xbox Series S hier vorne. Und ja, da bin ich eben wieder sehr sehr fleißig dabei ein paar Clips zu produzieren, natürlich nur die beste Clips. Und ja, genau, also ich werde mir jetzt was zum Essen machen und euch noch einen schönen Tag. Servus, habe der iBlog auch einen Daumen nicht da lassen vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus.